Ich denke, die meisten von euch haben sicherlich alte technische Geräte zu Hause rumliegen, die ihr einfach nicht mehr benötigt. Sei es ein Smartphone, sei es ein Computer. Hier in diesem Video würde ich gerne mit euch über eine Plattform namens Swappi sprechen, auf der ihr genau solche Produkte verkaufen könnt. Ich möchte anschließend mit euch dann einen Vergleich machen, das heißt ich möchte euch zeigen, wie viel Geld ihr auf anderen Plattformen bekommen könnt und welche Plattform sich vor allen Dingen lohnt. Mehr dazu gibt es gleich nach dem Intro. Ich möchte mit euch vor allen Dingen heute hier in diesem Video über folgende Plattformen drüber gehen, nämlich zuallererst mal über die Plattform Swappi, anschließend dann über die Plattform Swappar. Ja, das sind tatsächlich unterschiedliche Plattformen. Dann über den Anbieter Rebuy, ich denke viele von euch kennen ihn sicherlich und dann will ich das Ganze mal vergleichen mit Ebay und anschließend dann nochmal über ein paar kleinere Plattformen drüber gehen, die viele von euch vielleicht bisher noch nicht kennen. Welche Plattformen das sind, das zeige ich euch wie gesagt gleich. Ich fange aber zuallererst mit den großen Plattformen an, nämlich der Plattform Swappi. Ich habe noch nie auf diesem Kanal hier über die Plattform gesprochen, deswegen dachte ich mal, heute ist es vielleicht an der Zeit. Sagen wir mal zum Beispiel, wir wollen so ein iPhone 7 Plus hier verkaufen und wir wollen das halt wie gesagt einfach loswerden, wir brauchen das nicht mehr. Was können wir tun? Wir können hier einfach oben auf Verkaufen draufklicken, anschließend dann können wir uns das Gerät auswählen. In meinem Fall würde ich jetzt hier runter scrollen und würde auf das iPhone 7 Plus klicken, würde auf Verkaufen klicken und jetzt könnte ich halt die Speicherkapazität festlegen. In meinem Falle 256 GB, lässt sich das Gerät einwandfrei nutzen. Ja, sind die Farben auf dem Screen gleichmäßig zu sehen? Definitiv. Sind Kratzer drin? Nein, natürlich nicht. Sind da irgendwelche Risse drin? Nein, auch nicht. Und ist das Handy verbogen? Zum Glück nicht. Und hierfür würde ich zum Beispiel 170 Euro bekommen. Ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir können hier einfach mal denselben Begriff auf eBay eingeben, nämlich iPhone 7 Plus. Und da werdet ihr sehen, dass es sicherlich natürlich auch einige recht kompetitive Angebote gibt. Dass es aber auch viele gibt, die zum Beispiel wirklich in der Nähe sind, beziehungsweise für ein gebrauchtes Handy, zahlen viele Leute hier sehr viel weniger. Zum Beispiel dieses hier wird reingestellt für 142, hat natürlich aber auch weniger Speicherplatz. Dann zum Beispiel 109 und so weiter und so fort. Wir können hier nochmal 256 GB hinter eingeben und uns ein paar angebundete diesbezüglich anschauen. Das meiste ist vielleicht bei 230, 240 und ich denke, viele von denen sind tatsächlich so gut wie neu. Meins hier, das hatte ich für Jahre im Gebrauch. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass die meisten Leute vielleicht nicht so viel dafür zahlen würden. Also ich denke mal, 170 ist hier eigentlich mal ein gar nicht so schlechter Preis. Schauen wir uns das Ganze nochmal auf anderen Plattformen an, weil ihr werdet nämlich sehen, dass die Angebote von Swappi diesbezüglich recht gut sind. Das heißt, wir können hier mal zum Beispiel auf Swapper drauf gehen und können hier oben einfach mal den Begriff iPhone 7 eingeben, beziehungsweise iPhone 7 Plus natürlich. Geben wir es einfach ein, iPhone 7, iPhone 7 Plus und werden wir sehen, dass viele von diesen hier für weit weniger angekauft werden. Zum Beispiel hier haben wir so ein paar Angebote für 170 Dollar, nicht vergessen, das ist immer Dollar, keine Euro. Dann zum Beispiel hier auch wieder 170, 205, das wäre natürlich ein bisschen mehr, 190 und 184, aber hier sind die Angebote auch in meisten Fällen ein wenig drunter. Dann schauen wir uns das Ganze einfach mal auf Rebuy nach. Hier können wir es auch einfach eingeben, iPhone 7 Plus. Und da werdet ihr auch sehen, dass hier die Angebote meist ein wenig drunter sind. Das sind natürlich jetzt hier die Verkaufsangebote. In unserem Fall wollen wir natürlich, oder das sind die Kaufenangebote, wir wollen natürlich auf die Verkaufenangebote. Das heißt, wir würden jetzt hier runter gehen und könnten anschließend dann auf Verkaufen klicken. Das heißt, einfach hier einmal kurz drauf gehen. Dann geben wir zum Beispiel den Begriff iPhone 7 Plus ein und können dann direkt sehen, wie viel Geld wir hierfür bekommen würden. In unserem Falle wären das zum Beispiel 256 GB, das sollten wir vielleicht noch dahinter reinschreiben. Und hier über die Plattform würden wir insgesamt, schauen wir einfach mal, wie viel wir dafür bekommen. Sagen wir mal in diesem Falle, ja, alles ist voll intakt wieder. CE-Kennzeichen, ja, soweit ich das sehe. Weist der Apo eine maximale Kapazität von mindestens 80% auf? Ja, absolut. Gut, der Zustand ist, sagen wir mal, sehr gut. Dann beurteilen Zustand der Rückseite und des Rahmens auch sehr gut. Ist das USB-Kabel vorhanden und intakt? Nein, leider nicht. Dann ist das originale Lagerstelle von Nein auch nicht. Und dann die Funktionen, ja, das funktioniert. Okay, und hierfür würden wir gerade mal von Rewire 30,50 Euro bekommen. Das heißt, wir würden in diesem Falle von Swappi praktisch das fünfeinhalbfache davon bekommen. Und wir hätten halt hier die Möglichkeit, auf Swappi vielleicht nochmal so 170 oder sowas dafür zu bekommen in Dollar. Also dementsprechend vielleicht 150 Euro und Rebuy würde uns in diesem Falle leider gerade mal 30,50 Euro dafür zahlen. Das heißt, ich denke mal, in diesem Falle ist Swappi definitiv der Gewinner. Dann schauen wir uns vielleicht nochmal ein paar weitere Plattformen an, nämlich ein paar weitere kleinere, solche Plattformen hier wie Clevertronic. Wir können ja mal hier so einen Begriff eingeben wie iPhone 7 Plus wieder und können uns das Ganze anschauen. Und da werden wir auch wieder Folgendes feststellen, nämlich, dass die meisten Angebote hier definitiv unter dem von Swappi liegen. Das heißt, ich könnte jetzt hier wieder auf zum Beispiel iPhone 7 Plus draufgehen, können mir das Ganze anschauen und können, wie gesagt, schauen, wie viel Geld ich dafür bekommen würde. Sagen wir zum Beispiel dieses hier, würde ich auf Artikel verkaufen klicken und hier würde ich bis zu 274 bekommen. Aber da müsste man sich natürlich nochmal genau anschauen, welche Einzelheiten es diesbezüglich gibt. Das heißt, es kann auch gut sein, dass es hier sehr, sehr viel weniger wird. Und es gibt noch ein paar weitere Plattformen, über die ihr übrigens verkaufen könnt. Nämlich wirkaufens.de und auch nochmal die Plattform Zox. Das heißt, falls ihr bestimmte iPhones habt oder andere technische Geräte, es soll ja hier nicht nur um iPhones gehen, dann könnt ihr es halt hier jederzeit einfach mal eingeben. Könnt dementsprechend dann hier auch schauen, wie viel Geld ihr dafür bekommt und könnt da einen Vergleich machen. So wie ich das sehe, kriegt ihr das meiste Geld derzeit bei Swappi. Das heißt, wenn ihr auf Swappi eure Produkte verkaufen möchtet, könnt ihr es jederzeit tun. Einfach dazu auf Swappi.com draufgehen, dann hier oben auf Verkaufen klicken und dann halt die Details eingeben. Anschließend dann schickt ihr das Produkt direkt an Swappi und könnt dann auch dafür Geld bekommen. Ihr werdet dann direkt ausbezahlt, sobald ihr, wie gesagt, Swappi das Produkt annimmt. Gut, das war heute mal ein ganz anderes Video. Falls euch solche Themen interessieren, schreibt es gerne mal in die Kommentarsektion rein. Ich danke euch vielmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Und dann schreibt es gerne mal in die Kommentare.